Seid gegrüßt, Freunde Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephysik Vefix Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 20 Thema DNA-Veränderungen und Kontakt mit Außerirdischen nach der Zeitenwende Mephysik Vefix Das Abenteuer der menschlichen Rasse auf dem Planeten Erde wird bald einige Veränderungen durchlaufen. Die verstärkte Bewusstseinsbildung bringt DNA-Veränderungen mit sich, welche mehr Fähigkeiten in eurem Gehirn freischalten werden. Dazu zählen unter anderem mehr Erkenntnis, sowie Möglichkeiten zur telepathischen Kommunikation. Für euch ist dabei im Grunde unwichtig, welche Gehirnbereiche für diese Veränderungen verantwortlich sein werden, da sie auf der Quantenebene wirken. Diese ist enorm komplex und sie wirkt nicht nur rein körperlich. Erinnert euch, dass der Geist den physischen Körper kontrolliert und nicht umgekehrt. Und der Geist ist pure Quantenenergie, die auf die Materie einwirkt. Ihr könnt sicher sein, dass eure Regierungen zum Ende hin, Kampagnen gegen einen Kontakt mit uns Außerirdischen Staaten werden, worin sie uns böse Absichten unterstellen werden. Dazu gehört die Inszenierung gewisser Angriffe und die Vernichtung von Leuten, um die Bevölkerung gegen uns Außerirdische aufzuhetzen, und sie dann in vorher festgelegte Massenvernichtungslager zu bringen, angeblich nur zur Untersuchung. Dies ist ein Thema worauf ich gerne noch näher eingehen würde, aber so viel sei sicher, bereitet euch auf eine größere Kampagne vor, die gegen die gefährlichen Außerirdischen gerichtet ist. Lasst euch jedoch keinesfalls von solchen Versuchen eurer Eliten, die Bevölkerung zu reduzieren, täuschen. Alle Außerirdische, die zu diesem Zeitpunkt versuchen, mit euch Kontakt aufzunehmen. werden freundliche Rassen sein, die von der galaktischen Gemeinschaft überwacht werden. Die gegenwärtigen Führungskräfte eures Planeten sind meist auch nur Marionetten jenes Systems, welches die Eliten euch aufzwingen wollen. Viele von ihnen sind mit der Situation auch nicht einverstanden, besitzen aber nicht die nötige Charakterstärke, um ihre bisherigen Positionen aufzugeben. Diese willensschwachen Leute werden sicherlich von dem neuen Frequenzband des Planeten ausgeschlossen werden, das heißt sie werden in der nächsten Generation nicht länger hier sein. Überlegt euch mal, man braucht nur einen Tropfengift, um ein Glas voll mit Wassertropfen zu verunreinigen. Die neue Erde wird dann alle dieser potenziellen Gifte herausfiltern, sodass das Wasser wieder sauber fließen kann. Ende der Botschaft Ende der Botschaft ... ... ... Vielen Dank.